Moin Leute, also erstmal Entschuldigung für meine Stimme, ich bin immer noch erkältet, hoffe das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich ein Video darüber mache oder ob ich keins mache, weil es gibt genug Vollidioten und Spinner bei YouTube oder allgemein auf der Welt, aber ich habe jetzt hier mal ein Thema, weil ich mit euch mal bereden muss, was mir auf der Seele liegt, was mich tierisch sauer macht, und zwar geht es um diesen YouTuber Jo Olli. Dem Saukerl wird halt so einiges vorgeworfen, unter anderem, ja, pädophile Sachen, dass er auf Minderjährige steht, dass er mit Minderjährigen Videos macht, sie da abknutscht und so ein Scheiß dann, ohne ihre Erlaubnis, Videos hochlädt davon. Der Kanal von diesem Kerl wurde am 27.12. dieses Jahres Gott sei Dank endlich gesperrt, weil er gegen Community-Richtlinien verstoßen hat. Viele haben das gefeiert, ich persönlich, wie gesagt, auch, aber jetzt kommt die Sache, sein Kanal wurde tatsächlich schon wieder aufgemacht. What the fuck, YouTube, was ist das Problem, Alter, warum macht ihr das auf, wenn ihr jemand löscht? Ne? Dann ist es doch meistens so, dass es bleibt. Nein, der hat bestimmt Kontakte spielen lassen, was auch immer, wenn ich dran denke, ein Excel95, sein Video wird gelöscht, wenn er Müllermilch trinkt. Das war es ja auch schon. Es war ja nicht mehr. Er hat Müllermilch getrunken, hat gesagt, er hat einen Dünnschüssel gekriegt, hat die Wanne vollgeschissen oder die Dusche, äh, keine Ahnung, die Tapete tapeziert im Braun. Warum wird das gelöscht? Und warum wird so ein Scheißkerl mit seinem Content wieder freigegeben? Aber ich will auch gar nicht weiter auf die ganze Scheiße eingehen, weil der Typ, der kotzt mich so an und sagt, Und wenn ich dem Typen jemals im Real Life begegnen sollte, würde ich ohne Wenn und Aber, auch mit dem Gewissen, dass ich dann vielleicht Ärger habe, danach wird der Polizei Anzeige, sonst sowas, würde ich das Gesicht nach innen drücken, die Zähne so weit in den Hals schlagen, dass er, wenn er lufthohe Klavier spielt, und immer wieder einen Arsch dreht, bis er Schuhspitzen kackt. Allein schon, wenn ich seinen Kanal-Banner sehe, da kriege ich das Kotzen. Dieser widerliche Kerl mit diesen Bildern der Minderjährigen da um sich rum, ist absolut ein No-Go. Vor allem gerade hier auf YouTube, wo so viele Menschen das sehen. Und ich frage mich jetzt da draußen, diese 300.000 Abonnenten, die der Kerl hat, was seid ihr denn für Leute? Warum abonniert ihr sowas? Steht ihr drauf zu sehen, wie er irgendwelche Minderjährigen Weiber abknutscht? Oder was ist das Problem bei euch? Keiner kann mir erzählen, dass er irgendwelche interessanten Videos macht. Seine Umfrage-Videos sind alle für den Arsch, das ist hier kein Schwein. Also gibt es nämlich keine Erklärung, keine normale Erklärung, warum ihr ihn abonniert. Viele haben sich damit schon beschäftigt. Normalerweise reagiere ich, wie gesagt, nicht auf YouTuber, weil ich sage mal, wir sind hier alle eine große Familie. Wobei ich sagen muss, wenn das dazu gehört, dieser scheiß Kerl, dann möchte ich da mit nichts mehr zu tun haben. Wie gesagt, viele große YouTuber haben darauf reagiert. Ich werde jetzt hier auch nicht groß was reißen können, aber ich habe hier unten in der Infobox mal eine Petition verlinkt. Die habe ich heute gesehen, bei Herrn Newstime hat jemand darunter geschrieben, dass er eine Petition halt gestartet hat. Ich habe die sofort unterschrieben, ich habe noch nie eine Petition unterschrieben, aber bei sowas bin ich sofort dabei. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr genauso denkt wie ich, dass sowas nichts bei YouTube zu suchen hat, dass ihr diese Petition unterschreibt. Ihr gebt einen Vornamen, Nachname ein, gebt dann auch einen Wohnort an und eine Postleitzahl. Ihr müsst ja auch nicht alles Original hinschreiben. Ich habe auch mich da gemeldet mit ODI EFDS. Wohnhaft Deutschland, Punkt. Muss reichen. Ich hoffe, es reicht. Und vielleicht bewirkt es ja was. Denn wie gesagt, viele haben es schon versucht, viele sind gegen ihn gegangen. Viele haben darüber bereits informiert in ihren Videos, wie zum Beispiel Mazdaq, Reportagen, Firegod, Unge, Herr Newstime und wie sie alle heißen. Ich könnte euch hier lauter kleine Videoschnipsel von den jeweiligen YouTubern einspielen, was sie da gemacht haben. Aber wir machen ganz einfach, ich verlinke die ganzen YouTuber-Auten in der Infobox. Könnt da selber raufgehen, könnt euch selber angucken alles, weil sonst wird das Video ewig lang. Aber ich habe bereits schon mal zu der Thematik ein Video gemacht. Damals hieß es bei mir, S8 Video Folge, ich weiß gar nicht, 10 glaube ich, Zivilcourage ab Minute 4. Ich verlinke euch das Video, dann wisst ihr, was ich meine. Weil ich mit solchen Wichsern mache wie er, die sich an Minderjährern wagen. Das Problem ist, es gibt einfach zu viele von der Sorte. Es gibt zu viele und ich verstehe es nicht. Aber hier wird es öffentlich gemacht. Es wird öffentlich gemacht und es wurde so lange nichts gesagt. Ich habe den Typen ein oder zwei Mal auf dem Bildschirm gehabt damals, wo er diese Umfragen gestartet hatte mit den Weibern. Und blöde Fragen, wo ich dachte, was ein Affe, Alter, spielt sich da hoch, blablabla, interessiert mich nicht weggeschalten. Damals habe ich ja keine Videos gemacht. Hätte ich damals jedoch Videos schon gemacht, dann hätte ich auch ein Video rausgebracht gegen ihn. Ist mir auch egal, ob ich dann nur 10 Abonnenten habe oder 2 Abonnenten oder 100 Abonnenten. Fakt ist, ich hätte meinen Unmut halt rausgelassen. Wie gesagt, ich bin YouTuber, ich mache Videos, ich habe die Möglichkeit, meinen Frust freien Lauf zu lassen, indem ich ein Video mache. Das mache ich hiermit. Wenn es passt, kann einen Daumen hoch geben. Wenn es nicht passt, ist es mir scheißegal. Denn Kinder, der anderer Meinung ist, ist in meinen Augen kein Deut besser. Und da braucht ihr mich auch gar nicht, die jetzt anders sehen sollten, irgendwie in den Kommentaren voll quatschen und voll labern. Das ist meine Einstellung, meine Meinung, die vertrete ich und dabei bleibe ich auch. Denn es gibt in meinen Augen überhaupt keinen Grund, ihn in Schutz zu nehmen oder es anders zu sehen. Es gibt keinen Grund. Es sei denn, man steht auf diese Art von Content und das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Wenn ja, wenn ihr auf sowas steht, geht mal zum Arzt, lasst euch mal irgendwie durchchecken oben in eurer Hohlenbirne. So, das war's. Ciao.